Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute wieder mit einem Rasseporträt und ich bin hier bei der Züchterin Ruth im wunderschönen Waldviertel in Niederösterreich. Ruth, bei dir sticht ja sofort der wunderschöne schwarze Hahn ins Auge. Was für eine Rasse züchtest du denn hier genau? Ich züchte das Appenzeller Barthuhn in drei Farbschlägen. Wow, es gibt glaube ich auch nur drei, gell? Genau. Ist eine Schweizer Rasse, oder? Genau, ist eine Schweizer Landhuhnrasse. Ruth, wie würdest du den Charakter der Appenzeller Barthühner beschreiben? Ist es eher eine ruhige Rasse oder temperamentvoll? Sie sind schon temperamentvoll, aber sehr zugänglich und sie bleiben auch brav im eingezögten Bereich im Vergleich zu anderen Rassen. Okay, welche zum Beispiel hast du, die gerne ausbüchsen? Die schwedischen Blumenhühner, die sind sehr gerne ausbüchsen. Und wahrscheinlich auch die Appenzeller Spitzhauben, oder? Die sind schon so wuselig. Sie ist ja eine wunderschöne Henne. Kannst du uns auch was von der Legeleistung her sagen? Sind sie eher Guteleger oder Mittelfeld? Appenzeller Barthühner legen um die 150 Eier im Jahr. Also so typisch für eine alte Landrasse eigentlich. Aber relativ große Eier mit 55 bis 60 Gramm. Wow. Und sie sind natürlich gerade jetzt in Österreich in den schneereicheren Lagen auch super winterhart durch den Bart, denke ich mal, oder? Genau. Okay. Du bist hier ja auf 800 Metern Seehöhe. Also bei dir wird es im Winter wahrscheinlich auch ordentlich kalt. Ja, und viel Schnee haben wir auch. Okay, das ist für die Barthühner jetzt kein Problem, oder? Nein, ist kein Problem. Sie hörten soeben eine Gesangsdarbietung von Boss, dem Zuchthahn von Ruth. Boss ist ein Appenzeller Barthahn des schwarzen Farbschlages und hier eine passende Dame dazu. Der Bart ist ganz eindeutig das hervorstechendste Merkmal an dieser alten Landhundrasse. Bevor ich euch mehr über die Geschichte erzähle, nun aber ein kurzer Rundgang durch Ruthsgarten. Die Hühnerhaltung ist bei ihr wirklich sehr vorbildlich. Den Tieren stehen große Grünflächen zur Verfügung mit guter Strukturierung. Es wachsen verschiedene ungiftige Ziersträucher auf dem Areal sowie kleine Holunderbäume. Ganz toll finde ich, dass Ruth für ihre Hühner auch extra solche kleinen Schattenhütten gebaut hat, die gleichzeitig auch dem täglichen Staubbad dienen, denn hier ist es auch an Regentagen immer trocken. Die Hühner nutzen auch die Stangen hier sehr gerne für Ruhephasen während des Tages. Die Appenzeller Barthühner sind nicht nur nach ihren Bärten benannt, sondern auch nach ihrer Heimatregion, dem Appenzeller Land in der Schweiz. Appenzeller Barthühner sind mindestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt, die Rasse ist also mindestens 170 Jahre alt. Zu den Vorfahren der Appenzeller Barthühner dürften neben Landhühner, also typischen Schweizer Bauernhühnern, auch Hühner mit Bärten zählen und da waren zu der Zeit, also Mitte 19. Jahrhunderts, vor allem Baduana und Pavloskaya im Umkreis. Irgendwelche Hühner aus diesem Verwandtschaftskreis dürften die Bärte an die Appenzeller Barthühner vererbt haben. Die Rasse ist nicht nur wegen der Bärte sehr kältetolerant, sondern auch wegen des Rosenkammes. Der Rosenkamm ist übrigens auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu den Thüringer Barthühnern. Auch in Thüringen kennt man Barthühner, die haben jedoch stets einen Einfachkamm. Grätviel? Nein, grät wenig. Habe ich da eher Glück gehabt, dass ich ihn überhaupt erwischt habe vorhin. Genau. Ist auch lieb zu denen. Du hast zufällig Eier da von den Appenzeller Barthühnern, dass wir die den Leuten zeigen können. Dann würde ich sagen, zeigen wir das mal als nächstes her. So sehen also Appenzeller Barthühneier aus. In der Regel weiß, manchmal ganz leicht Cremefarben. Der Standard verlangt eigentlich, dass sie weiß sind. Wie Ruth vorhin schon sagte, gibt es ein Eigewicht von 55 bis 60 Gramm und das ist schon wirklich ordentlich. Jetzt waren vorwiegend schwarze Appenzeller Barthühner zu sehen, darum möchte ich jetzt noch einen Fokus auf die anderen beiden Farbschläge legen. Hier schon eine wunderschöne Henne des blauen Farbschlages. Nicht zu verwechseln mit Berlgrau tragen Appenzeller Barthühner den genetischen Faktor für ein spalterbiges Blau. Das heißt, bei der Zucht blauer Appenzeller Barthühner fallen immer auch schwarze und splashfarbige Tiere ein. Nur wenn man Splash mal schwarz verbart, kann es sein, dass die ganze Nachzucht blau ist. Es ist also gar nicht so einfach, blaue Barthühner zu züchten. Aber ich muss sagen, ich finde die blauen Barthühner wirklich wunderschön. Überhaupt sehen die meisten Rassen in Blau noch mal eleganter aus. Die Henne hier, die ist jetzt zum Beispiel eine Spur dunkler und das ist auch ganz typisch, dass bei den blauen Tieren die Farbtönung nie ganz einheitlich im Stamm verankert ist. Es gibt immer hellere und dunklere Tiere. Unabhängig von der Gefiederfarbung sollen Appenzeller Barthühner übrigens immer blaugraue bzw. schiefergraue Läufe haben. Hier jetzt auch gut erkennbar. Kommen wir nun zum dritten Farbschlag. Das hier sind halbwüchsige Tiere des Rebhuhnfarbigen Farbschlages. Rebhuhnfarbige Appenzeller Barthühner entsprechen, was die Farbgebung anbelangt, weitestgehend der Wildfarbe. Denn die Rebhuhnfarbe ist ja nur eine Abwandlung der Wildfarbe des Haushunds. Hier kann man auch schon gut erkennen, was mal ein Hahn wird und was eine Henne. Denn die Hähne zeigen schon deutlich eine Ausbildung der Schmuckfedern und sie haben im Vergleich zu den Hähnen schwarze Berthe. Auch die halbwüchsigen Jungtiere dürfen bei Ruth in einem riesigen Freigehege heranwachsen mit vielen Büschen, Stauden und Sträuchern, sodass man auf den ersten Blick gar nicht erfassen konnte, wie viele Jungtiere sie heuer eigentlich hatten. Sind das viel? Ja, das sind viel. Da hast du jetzt die Appenzeller Spitzhaben gemischt mit den Bautönern. Genau. Und gibt es da jetzt Probleme, dass sich die Nervosität von den Appenzeller auf die Bautöner übertragen, oder ist das kein Problem? Ja, ein bisschen übertragen sie sich schon. Ja. Weil sie einfach sehr hektisch sind, gell? Genau. Ja. Ja. Nee, das ist schön wuselt. Cool. Ja, also gesunde Jungtiere zu erleben, wie sie tiergerecht aufgezogen werden, das ist für mich eigentlich immer die größte Freude. Und so war es mir auch dieses Mal wieder eine große Ehre, eine so schöne Zucht besuchen zu dürfen. Im Laufe der Jahre habe ich euch bei Happy Huhn gar nicht wenige Hühnerrassen mit Bärten vorgestellt. Wenn euch Hühner mit Bart interessieren, wäre zum Beispiel die Orlauffolge interessant, das war Folge 41. Einen Bart tragen auch die Baduaner Hühner, die habe ich euch in Folge 74 von Happy Huhn näher gebracht. Auch schwere Masthuhnrassen bzw. zwei Nutzungsrassen mit Bart gibt es und dafür ist das deutsche Lachshuhn geradezu ein Paradebeispiel. Eine der ältesten Haubenhuhnrassen, vielleicht sogar der Urvater aller Haubenhühner, ist das russische Pavloskaya Huhn und das trägt ebenfalls einen Bart als Kälteschutz. Barthühner gibt es aber auch im Mini-Format und das ist noch gar nicht lange her, dass ich euch die Antwerpener Bartzwerge vorgestellt habe. Also die Appenzeller Barthühner bei der Ruth haben mich wirklich begeistert. Eine wunderschöne alte Rasse und noch dazu aus der Schweiz. Wenn ihr euch näher für die Appenzeller Barthühner interessiert, dann hat die Ruth auch einen sehr schönen Instagram Account mit vielen tollen Fotos und den blende ich euch jetzt unten noch ein. Ich danke euch fürs Zuschauen, natürlich könnt ihr auch mir auf Instagram folgen, wenn ihr es noch nicht tut, happy.huhn heiße ich dort und ansonsten bleibt den Hühnern treu, macht's gut und hoffentlich schaut ihr auch bei der nächsten Folge wieder zu.